Gott, Mann! So! Scheiße! Ja, ich war dabei. Danke, denke ich. Well, danke. Ich glaube. Well, du bist willkommen. Ich glaube. Scheiße. Es ist ein sauberer Schild, genau durch die Hände. Das ist gut, zu schießen da. Still, was ein Wachstum. Also, das ist es. Wir gehen zurück? Wenn sie nicht hier sind, weiß ich nicht, wo sie sind. Und es ist keine gute Idee, zu trompen, durch die Wände zu suchen. Also ja, wir gehen zurück. Als sie das sehen, werden sie die Message bekommen. Die Armbrust, nehmen wir die Armbrust nicht mit? Doch, die Armbrust nehmen wir mit, oder? Ja, also... Also, ich habe mich irgendwie ein bisschen Schiff, durch den Wald zu gehen. Ich weiß, da passiert doch irgendwas. Da hinten... Da war doch irgendwas. Oder... Ich weiß nicht. Gut, dann war da nichts. Sie ist tatsächlich tot. Oh, Krampf. Scheiße, Alter. Mann, das war ein Schiff, oder? Jesus, Danny? Was? Du bist nicht so schwer, Marja. Nicht nachdem, was sie mit deinem Freund getan haben. Du bist zurück! Was ist passiert? Ich habe es geklärt, Mama. Ja, der ist richtig. Das ist nicht das, was Terry wollte. Terry? Mein Mann. Ich erinnere mich jeden Tag. Dann, schau mal für alle, dann, warum nicht du? Oh, calm down, Prinzess. Ich werde das selbst machen. Was ist mit ihnen? Ich weiß nicht. Schwabbeln, sieht man. Ein bisschen mit y'all, huh? Hmm... Sie können sich... Ja, das könnte sagen. Sie können sich nicht genau sehen, wie wir tun müssen. Well, it's probably just the hunger talking. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Hm. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt gerade nicht sonderlich wohl, muss ich ja... ...nicht mal anmerken. Da, das ist doch die Mütze von Clementine. Ich glaube, ich weiß, was wir tun werden. Da, 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 da. Hm. So. Boat Engine Generator. So, dann gehen wir hier mal rein. Zack, zack. Oh, oh. Ah, boah, geil. Wie geil sieht das denn aus, bitte? Oh, oh. Ist die Kuh etwa... Es ist okay, Clementine. You can pet her. Es ist okay, go ahead. Woah. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. So. Kyle. Here, Clementine. My hat. You found it. I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor end who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. You found it, too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I've got a quick look. They've got boxes of stuff. Something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I've got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Then... I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katcha. What's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban. Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man. I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry.